Hey Leute, was geht? The Tyson Fitness hier und herzlich willkommen zu einem weiteren Mobility Video. In diesem Video kümmern wir uns speziell um die Sprunggelenksmobilität, wie wir die verbessern können, um besser in die Kniebeuge zu können und eventuell mehr Gewicht zu beugen. Wir machen das Ganze in zwei Schritten. Schritt Nummer 1 wird es sein, die umliegende Muskulatur des Gelenks zu bearbeiten. Und Schritt Nummer 2 ist dann das Gelenk direkt selber. Warum machen wir das? Schritt Nummer 1, ihr müsst euch vorstellen, es geht jetzt um das Sprunggelenk. Das heißt, es ist das Gelenk hier. Sexy Wollsacken für euch heute extra angezogen. Die umliegende Muskulatur, das heißt Unterschenkelmuskulatur und die Fußmuskulatur. Das Problem mit den Füßen ist, wir belasten den Fuß eigentlich den ganzen Tag täglich 24-7. Aber wer von euch hat schon mal seinen Fuß gedehnt, massiert etc.? Niemand. Das heißt, wenn die umliegende Muskulatur oder die umliegenden Gewebestrukturen einen höheren Muskeltonus haben, ein bisschen fest sind, nicht mal wirklich gleiten können, ihr kennt das ja, Faszienverkleben, etc. Dann hat das Gelenk natürlich auch gewisse Einschränkungen. Das heißt, Schritt Nummer 1, umliegende Muskulatur bearbeiten. Das heißt, ihr nehmt euch so einen Lacrosse-Ball, stellt euch einfach mit eurem Fuß da drauf, haltet euch irgendwo fest und massiert quasi, wie es gewohnt seid, vom Oberschenkel, vom Arsch, von was weiß ich auch immer, einfach die Muskulatur mal aus. Macht das Ganze natürlich, ihr kennt das, 2-3 Minuten pro Seite. Das heißt, jetzt nicht einfach so kurz, das war nur Demonstrationszwecken. Sucht euch die Punkte, versucht was zu lockern, auch an der Ferse. Und die zweite umliegende Muskulatur ist natürlich auf der anderen Seite des Gelenks. Da haben wir eine sehr steife Sehne, die auch so sein muss. Das ist die Achillessehne und natürlich die Wadenmuskulatur. Ich selber bearbeite meine Wadenmuskulatur nur sehr selten und deswegen schnappen wir uns einen Formroller. Ihr könnt natürlich auch den Lacrosse-Ball nehmen. Mir selber ist der zu hart oder eine Langhantel, wenn ihr eine habt. Mir ist die aber auch zu hart. Das heißt, wir nehmen uns einen Formroller und rollen auch ganz normal die Muskulatur aus. Das heißt, hier an der Seite, an der anderen Seite. Die Praktiken kennt ihr. Ihr könnt natürlich auch das andere Bein drauflegen, dann an den Trigger-Points verharren. Das Fußgelenk eventuell ein bisschen bewegen. Das heißt, dass wir die Muskulatur über den Gegenstand oder über den Widerstand bewegen, um so quasi die Muskulatur aufzubrechen, zu lockern. So, wenn wir das gemacht haben. Schritt Nummer 1. Wie gesagt, pro Seite 2-3 Minuten locker easy. Viele von euch fragen ja auch immer, wie viel Mobility soll ich machen? So viel, bis du keiner mehr brauchst. Und wenn du 30 Minuten pro Seite rollen musst, ist mir scheißegal. Schritt Nummer 2. Das Gelenk selber bearbeiten. Da zeige ich euch eine ganz einfache Übung. Die könnt ihr ja mit Band und ohne Band machen. Ich weiß, es gibt noch tausend andere. Wir machen aber in diesem Video nur die. Und zwar, wir wollen mit dem Knie weiter nach vorne kommen. Das heißt, was machen wir? Wir versuchen mit dem Knie weiter nach vorne zu kommen, indem wir einfach den Fuß auf den Boden setzen und dann hier mit dem Knie nach vorne gehen. Und hier ein bisschen fahren. Eventuell, was ihr auch machen könnt, ist die Wade anspannen. Das heißt, jetzt hier quasi dagegen anspannen, als würdet ihr aufstehen wollen mit dem Fuß. Das könnt ihr quasi eigentlich so machen. Locker lassen und nachziehen. Kennt ihr? Contract and relax. Und was ich möchte, ist, dass ihr auch so ein bisschen darauf achtet, dass ihr nicht einfach so arbeitet, so nach innen, sondern nachher beugt ihr nämlich auch so, sondern dass ihr hier auch so ein bisschen nach außen arbeitet, dass das Knie ein bisschen weiter nach außen kommt, als der Fuß zeigt. Auch in die Richtung arbeitet. So, und wenn das Ganze zu langsam geht oder sonst was und ihr habt ein Widerstandsband, könnt ihr die gleiche Übung auch so machen, dass ihr das Widerstandsband hier am Unterschenkel befestigt, einen Schritt nach vorne macht, zack, ups, da rollt der Ball. Und hier das Gleiche jetzt macht, indem ihr quasi nach vorne geht und in den Bereich arbeitet. Achtet darauf, dass der Fuß auf dem Boden bleibt. Das heißt, wenn ihr hier zur Seite geht, dass er nicht abhebt. Und was ihr mit dem Band aufmachen könnt, ist so eine Lunge-Bewegung. Dann habt ihr so ein bisschen was Dynamisches. Immer wieder rein, raus, rein, raus, rein, raus. Warum nehmen wir das Widerstandsband? Das Widerstandsband sorgt einfach nochmal dafür, dass quasi der, müsst ihr euch vorstellen, wenn der Unterschenkel unten im Gelenk ein bisschen nach hinten gezogen wird, sodass wir vorne nochmal ein bisschen mehr Platz haben. Und da jetzt seht, meine Freunde, das heißt, erster Schritt, umliegende Muskulatur lockern, das heißt, Waden ausrollen, Fuß mal ausrollen, unten rum, vor allem die Ferse. Und ihr werdet merken, eure Füße, werdet es euch danken, das ist ein sehr geiles Gefühl. Und zweiter Schritt, Gelenk an sich bearbeiten, das heißt, Gelenkkapsel und Mobilität nach vorne, in Anzuführungszeichen, deswegen quasi einfach nur dehnen. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video weiterhelfen. Probiert es ruhig mal aus. Und wenn ihr selber Fragen zur Mobility habt, schreibt es in die Kommentare, dann kann ich ein Video dazu machen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. Peace. Outro